Hey Freunde, willkommen zurück zu Canis Abusus oder so, ne? Und ja, ich hab mich jetzt hier mit Freunde schon, äh, mit Freundi, mit Wufi schon befreundet. Wir wollen uns nichts Böses und ich hab dank meinem Kamerateam gemerkt, dass dieser Schlüssel wahrscheinlich jetzt hier reinpasst, hä? Ich bin so doof. Oh Mann. Natürlich, da liegt Sprengstoff drin. Sorry Leute, ihr habt's wahrscheinlich im letzten Part geschrieben, die ganze Zeit. Oh, du Idiot, Holly, das Grün gehört dahin. Skashi ist wahrscheinlich am Ausflippen. Aber ich hab's jetzt gecheckt, ich hab's jetzt gecheckt. Und ich kann leider nicht auf eure Kommentare reingehen. Was passiert jetzt? Muss ich hier rein? Oh, komm, der passt auch hier rein. Oh, ist das ein Schlüssel für alles? Dann komm mal, die schweben jetzt. Oh, Schwerkraft ist ne Schlampe. Oh, haha. Ja, tut mir leid, tut mir leid, dass ich das jetzt erst gecheckt hab. Wo ist denn das andere hin? Aber die Explosion eben, ne, war voll heftig. So. Okay, nehmen wir mal hier ein bisschen Öl. Und schauen mal weiter. Aha. Aha. Ich seh's doch. Hier. Okay, doch nicht. Aber hierunter ist bestimmt ein Schlüssel oder sowas. Nein. Wow. Hör auf, so hoch zu springen. Das verwirrt mich. Hm. Okay, hier ist nichts, außer ein Knochen. Ich glaub, der Knochen ist wichtig. Ich glaub, der ist wichtig. Den nehmen wir einfach mal mit. Weil Hunde und Knochen, ha. Seht ihr den Zusammenhang? Ich schon. Ah. Ach so. Ich will den Knochen nicht. Ich will den nicht. Ich will den nicht. Ich will weg hier. Oh, wo bin ich gelandet? Ach du Scheiße. Die werden gefoltert. Der einzige Weg, um die Dämonen zu schlagen, ist, um andere Menschen zu schlagen. Schlagen. Heißt das sowas wie Kitzeln? Hoffentlich heißt das sowas wie Kitzeln. Bitte sag mir, dass es Kitzeln heißt. Andere Leute kitzeln. Oh, Mann. Ah, guck mal hier. Wow. Geil. Große Menge Öl. Komm mit, komm mit, komm mit. Ich will den Hund verbacken. Hä? Hier nicht so rum, Mann. So. Wofi ist hier lang gelaufen, aber wo ist es dann hin? Da lang? Ha. Oh, mein Gott. Weg hier. Tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü. Hey, 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 hey. Oh, Mann. Ich dachte, das wäre so eine coole Hausparty. Was ist denn jetzt hier los? Oh, nein, habt ihr Holly eingeladen? Nein, da mache ich nicht mit. Da bringe ich mich selber um. Ihr könnt mich auch mal. So. Komm, hier ist ein totes Hundi. Macht ein Foto, macht ein Foto, wie ich drauf stehe. Ja, ist jetzt ein bisschen komisch, das alles zu verbinden. Aber egal, ihr könnt das, ne? So. Da können wir sagen, dass ich es besiegt habe. Ein Schlüssel. Aufgenommen, West Key. Das ist gut. Okay. West Key. Nie ohne Seife waschen. Die Tür war offen. Ja, dann gab es auch nichts mehr. Aber würde ich sagen, müssen wir uns jetzt hier durchquetschen? Nein, sage ich nicht. Rüberhüpfen. Jawohl, es hat geklappt. Gut, 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 gut. Mein Gott. Was war das für ein Riesending? Das wollte ich gar nicht. Ich glaube, meine Maus ist kaputt. Oh, Mann. Die mag Kisten nicht. Fässer. Oh, mein Gott. Ich habe gerade keine Zeit zu telefonieren. Später, Schätzchen. Später. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Es ist ganz in der Nähe. Ich spüre es. Es will mich tot sehen. Halt ihr das? Kommt da etwa etwas auf uns zu? Oh, das klang nach Krallen. Nach Klauen. Ich habe einen Schlüssel für alles, habe ich ganz vergessen. Doch nicht. Scheiße. Moment, dann versuche ich nochmal diese Tür hier aufzumachen. Da ist auch nichts drin. Gut. Moment. Moment. Komm schon, 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 komm schon. Okay. Und das Lampengeöl geht aus. Und kleine Kisten sind da. Hey. Das ist ja witzig. Hast du Angst, dass ich Torture Chamber Room Key? Hast du Angst, dass ich die doch verbarge? Hast du mir jetzt extra so kleine Dinger hingestellt? Mir ist egal, wie groß sie sind. Ich werde sie trotzdem umbringen. Das ist was er gesagt hat. Zapp, 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 zapp. Oh nein. Oh oh. Oh 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 oh. Es ist da. Es ist ganz in unserer Nähe. Aber wo genau ist es? Das weiß nur... Oh oh oh. Oh oh oh. Oh oh, es kommt, es kommt, es kommt, es kommt, es kommt. Es ist schnell, es ist schnell. Oh oh. Oh oh. Ich bin weg. Ich bin da. Oh mein Gott. Hi, hast du Schnupf? Komm her. Oh oh oh. Was ist denn jetzt los? Jetzt hat es alles Kissen zerstört. Es leckt gerade wie Sau. Das sind so die letzten Momente. Ja, es ist irgendwie abgestürzt, weil es, glaube ich, mit einem Schlag ganz viele Kisten kaputt gemacht hat. Und jetzt ist das abgestürzt. Oh. Du hast mein PC überlastet. Scheiße. Aber es ist ein schönes Bild, oder? Oh Mann. Ja, würde ich sagen, muss ich jetzt erstmal einen kleinen Schnitt machen. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder von The Small Horse. Nein. Dick. Ich höre aber auch noch was. Ah, es geht weiter. Es geht weiter. Mit null FPS gerade. Mit null FPS. Ist das geil. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Dann bis zum nächsten Mal, Freunde. Kleinen Schnitt. Oder? Ja, ist abgestürzt. Das geht gar nicht mehr. Hey, Freunde. Nach diesem grauenhaften Absturz bin ich jetzt wieder zurück mit Cannes Abusos. Ich weiß nicht, ob der letzte Part jetzt Cam hatte oder nicht. Wenn nicht, dann hey, da bin ich wieder. Habt ihr mich vermisst? Was? Ich euch auch nicht. Nein, so, wir machen jetzt weiter. Und dieses Mal versuche ich nicht, das Ding dahin zu treiben, dass es alle Kisten gleichzeitig mit seinem Doppelkopf da kaputt macht. Ihr habt doch richtig erkannt, das sind die Hunde aus Resident Evil 5. Ich habe Resident Evil 5 gespielt. Aber halt, ich habe sie nicht erkannt irgendwie. Die waren ja da kleiner und putziger. Nein, eigentlich nicht. So, was gab es hier? Was gab es hier? Ich musste alles nochmal her spielen. Vom Kampf gegen dieses große Wurf wieder mit dem Dynamit. Hier gab es doch, glaube ich, einen Schlüssel. Ja, genau. Da ist der Schlüssel. Gut, 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 gut. Und wir nehmen die Kiste mit. Und verteidigen uns damit. Irgendwie. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Oh. Komm her, Kleiner. Ich habe hier was. Möchtest du spielen? Ich habe einen kleinen Rosabey. Möchtest du? Uiuiui. Okay, okay. Und jetzt hier oben bleiben. Hier oben bleiben. Hier findet es mich nie im Leben. Ich glaube, es wird nie hierher kommen. Oh. Äh. Es hört sich nicht gesund an. Hey du. Hey. Moment, wir müssen es anlocken. Komm her. Oh. Es ist schon hier. Sag doch was, Mann. Hier können wir nicht. Guck mal hier. Okay, okay. Komm rein. Komm rein hier. Komm rein. Oh. Okay, nicht angucken. Nicht angucken. Mir geht es gut. Mir geht es gut. Mir geht es gut. Los, nicht durchdrehen. Los, nicht durchdrehen. So, und jetzt reite ich auf dir durch die... Oh, ich bin tot. Ich bin tot. Ah, verdammt. Du darfst nicht aufgeben. Nein, Skaji, das werde ich nicht tun. Verdammt. Okay, das war jetzt voll nichts. Wo bin ich gelandet? Wo ist denn das hier? War ich hier? Hä? Oder landet man hier, wenn man stirbt? Irgendwie kommt mir das gerade voll nicht... Ach doch, ach die Zellen. Oh. Ach ja. Ich gucke ja meinen Quatsch nicht selber an. Und ich verdränge es auch. Also ich verdränge alles mit einer riesigen Flasche Whisky. Die Aufnahme. Weil ich einfach... Ich hasse diesen Holly. Ja, ich hasse dich, Mann. Ist irgendwo ein Spiegel? So. Moment, wir müssen hier lang. Genau. Hier so durch. Flupsi-di-dups. So, rüber. Und ich hoffe, Wuffi ist weg. Wir haben einen Schlüssel. Und der passt hier rechts rein. So. Oh, Stühle. Ach ja, und ich habe jetzt auch gelernt, dass... Oh, jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Hunde. Ne, halt Quälerei und sowas. Abuse halt. Wie aus dem Englischen. Abuse, ähm. Äh. Verstehst du? So. Werden die hier gequält oder was? Und jetzt rächen sie sich. Am Menschen. Das ist aber eine ziemlich enge Zelle. Hm. Na guck mal, ist ja alles nicht ganz pink, aber lila. Ich bin tot. Ich bin noch toter. Oh, was ist jetzt los? Hey. Ich, 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 ich. Ich habe keinen Frohlich geklaut oder so. Hey. Du kannst ihn ruhig haben. Du kannst ihn ruhig haben. Zombie-Dog von Resident Evil 5. Okay. Thanks for playing. Kein Ding. Das war's jetzt? Ach so. Oh yeah. Yeah. Wir rocken jetzt die Credits, yo. Wie gefiel euch diese Custom-Story? Ich fand sie ja ganz cool. Yo. Ja, die Melodie ist auch sehr cool. Und, ähm. Ja, das war's denn jetzt schon wieder. Hey. Ah, ich würde jetzt gerne singen, aber es ist gerade morgens und ich habe so schlecht geschlafen. Ich kann gerade nicht singen. Aber das tut ja jetzt jemand für mich. Yeah. So, jetzt weg. Ich möchte weg hier. Danke Credits. Danke. Mann. Gut, das war kein Abusos. Ich hoffe, es hat euch gefallen. War wieder mal cool, ne? Wieder innovativ, ideenreich und so. Aber weißt du was, Gashi? Ich glaube, du musst dich mal so richtig ein Jahr lang, also ein Jahr lang eine Auszeit nehmen. Und in dieser Auszeit machst du eine Custom-Story, die länger ist und die jeden umhaut. So eine wie eine zweite Amnesia-Cast-Story, so. Amnesia 3, wie es jemand in den Kommentaren geschrieben hat. Und ja, ich glaube, du kannst dir was richtig Geiles erschaffen. Weil du lässt dir ja, glaube ich, nicht so viel Zeit und knallst dir ja so nacheinander raus. Und du kannst mal sehen, was da rauskommt, ne? Das ist halt ziemlich geil. So, genug Arsch gekrochen. Ich bekomme gleich mein Geld vom Skashi. Oh, danke. Danke, Skashi. Es ist aber ziemlich groß geworden, Skashi. So. Und wir sehen uns dann in einer nächsten Custom-Story wieder wahrscheinlich, ne? Oder irgendwo anders. Ich glaube, als nächstes habe ich Bock auf eine Survival-Map. Danach zocken wir... Ähm... Ach, sag an, sag an. The Small Horse. Teil 2, nach der Survival-Map. Und was gibt es dann noch hier? Marcel Davies ist weg, verdammte Scheiße. Marcel Davies. Irgendwie... Ihr feiert die Custom-Story irgendwie alle. Aber ich habe irgendwie vergessen, wer Marcel Davies ist. Gut, und dann schaue ich mal, was es hier noch so gibt. Dann werde ich wahrscheinlich noch so, ähm, halt nicht Custom-Stories von euch zuschauen, sondern schon lange fertige aus aller Welt zocken. Aber das dann auf TGN wahrscheinlich. Ich werde dann auf TGN anfangen, weil es nämlich auf meinem Kanal dann mit anderen Projekten losgehen wird. Aber ich sage nicht viel. Ich verspreche ja immer so vieles. Und dann ich stelle mir das vor, so... Wow, wie geil, so wie zum Beispiel Dead Island, ne? Und dann denke ich so... Scheiße, das ist irgendwie viel zu viel Arbeit. Ich mache was anderes. Ich chill, ey. Ich lasse mich mit Hartz IV bedienen. Ja, und jetzt... Ähm, haut rein. Tschüss. Tschüss.